ja herzlich willkommen zu meinem neuesten video und heute präsentiere ich euch alle meine animes wir werden sehen ob es in mehreren parts ist ihr werdet es schon sehen in der titelbeschreibung ich weiß es jetzt noch nicht wir werden einfach jetzt anfangen ich zeige euch alle meine animes ich glaube ich habe alle hier ganz sicher bin ich mir nicht aber ich glaube schon dass ich alle hier habe ja wir beginnen einfach hier ich musste gerade das noch schnell aus der vitrine holen wir beginnen hier mit den zwei boxen zu dragon ball z kampf der götter und resurrection f sind beides blu-ray boxen mit der dvd und bei resurrection f ist sogar die 3d version mit dabei richtig coole filme mir gefallen die filme besser als das was in the dragon ball super ist muss ich ganz ehrlich sagen den dritten dragon ball film habe ich nicht dass sie dann auch dragon ball super broly oder broil oder wie man ausspricht habe ich noch nicht in der sammlung ich warte bis man angebot kommt oder keine ahnung werde ich mir dann zulegen videos gibt es zu den boxen schaut einfach mal nach genau machen wir weiter mit dragon ball und zwar habe ich mir mal importieren lassen die erste staffel zu dragon ball set auf blu-ray ich kann einfach die amerikaner nicht verstehen warum sie die qualität nicht gut finden ich finde die hoppala ich finde die abgrundtief mega habe mir auch bis jetzt die erste box gold die hat mich unter zehn euro gekostet import aus usa das war schon wahnsinn und qualität kann man ganz normal auf einer playstation 4 abspielen also abnormal mega auch der surround sound wenn man den sich mal rein zieht der ist abnormal ehrlich der ist abnormal ich hoffe dass mal in deutschland jetzt bald auch mal blu erscheint von dragon ball set bitte mit der alten synchro und wenn halt die cut stellen dann einfach mit originalton mit untertitel scheiße in den hut und scheiße ich den immer in den hut von kc ja ist hier so mit einem schuber und sind halt die disc drin ein bisschen unspektakulär aber echt top qualität leute also wer wie mir es nicht stört dragon ball set nicht in deutsch zu hören sollte sich diese blu-ray holen die ganzen es sind insgesamt neun editionen neun staffeln in amerika bei uns jetzt glaube ich zehn und ist auch nicht mehr teuer ich bin mir ganz sicher ob die jetzt überhaupt noch lagern sind und ob sie überhaupt noch gibt ich habe keine ahnung wir werden es sehen oder ihr werdet es sehen ja dann habe ich mir irgendwann mal ganz günstig die dragon ball set box gekauft volume 2 ist das der box mit den ganzen filmen es gibt noch volume 1 die habe ich noch nicht weil ich man muss halt auf achten die ist man nicht mehr in der bomben qualität aber die hat hier da nur ein paar abreibungen das seht ihr jetzt kommen weil die so glänzt ja ist nichts besonderes da sind halt die ganzen dvds drinne und jetzt fragt sich einer warum hast du nicht die neuen kc teile gekauft ja da ist ein 5.1 ton dabei und bei den kc teilen ist es nur noch 2.0 hier haben wir einmal dragon ball set der film der leider sehr gekürzt ist die anderen sind alle ungeschnitten bros ricker angriff der bio kämpfer der legendäre super saiyajin angriff der cybox und super saiyajin song gohan warum habe ich mir die kc box nicht kauft ganz einfach weil ja wegen dem ton manche sagen ja ist doch nicht so schlimm doch der 5.1 ton ist sogar richtig gut weiß ich selber davon noch von einer anderen dvd die ich mal hatte oder irgendwo noch habe und auf jeden fall muss ich mir dann noch die zweite box holen ich finde die sieht auch richtig cool aus hat einen schönen blickfang genau so das war's mit dragon ball fangen wir an einmal haben wir hier ein steelbook akira richtig guter anime wie ich mir dieses team gekauft habe habe ich mir den anime zum ersten mal angeschaut und ich war echt begeistert richtig guter science fiction anime mit auch richtig guten zeichnungen für ein anime aus dem jahre schlag mich tot ich habe keine ahnung hier steht es anscheinend nicht warum die das nicht drauf schreiben hier steht nun mal die blu-ray für 88 wahnsinn 88 sauguter anime wirklich empfehlung von mir schaut euch unbedingt mal an lohnt sich wir legen muss mich zurück weil dann kann ich hier gleich wieder alles stapeln dann haben wir einmal die helsing ultimate serie die ova serie ja die normale serie habe ich nicht weil mir die ultimate viel besser gefällt und die halt auch sehr sehr also dies komplett von dem manga über die geht genau wie der manga und absolut abgrundtief geil ich habe die komplett box bei volume neben helsing dawn gab es dann diese box dabei ihr seht schon ganz kleine media books wir nehmen wir eins raus ich habe eigentlich fast zu jedem ein unboxing gemacht ich bin nicht mehr ganz sicher das könnt ihr euch mal anschauen wir nehmen jetzt einfach mal hier eins raus es sind ganz kleine media books in so einer in so einer optik grüße gerne aus an kammern in so einer optik wie die hämmer rei leder optik dann ist halt hier das booklet dran geklebt kann man da hier ein bisschen lesen das war es recht teuer auch immer gewesen und aber ich bin froh dass ich es habe ich glaube summa und es sind jetzt seit elf dinger lasst mich lügen wenn 20 euro ein ding gekostet hat dann könnt ihr euch mal ausrechnen wie teuer die box war ich werde vielleicht insgesamt 220 bis 240 euro damals gezahlt haben aber es kam ja volume für volume raus und wenn dann einer in einen monat oder in zwei monaten rausgekommen ist dann hat es damals nicht so geschmerzt helsig ultimate auch empfehlenswert ist glaube ich sogar in amazon prime ich bin mir nicht sicher schaut auf jeden fall euch die ultimate reihe an dann haben wir hier fangen wir mit der serie an schuppdiwupp Nisekoi einmal die erste staffel in allen volumes mit sammelschuber schöner romance anime mit schöner zeichenstil hat mir richtig gut gefallen schade dass er jetzt noch nicht abgeschlossen ich hoffe noch auf eine dritte staffel weil der manga ist schon komplett durch sehr tolle anime guter synchronsprecher vor allem die hier muss ich richtig lachen mit ihrem dialekt toll gemacht dann haben wir hier auch noch ein nisekoi staffel 2 aber nur das erste volume ich habe das zweite wollte immer noch nicht gekauft müsste ich irgendwann mal nachholen und auch noch nicht gesehen die zweite staffel wir machen das muss hier rüber damit das nicht so ein knicks drin hat so dann kommen wir zu einer serie da hatte ich auch mal eine figur aber da ich das nie in deutsch angeschaut habe und ein bisschen gehört habe ei 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 neue synchronstudie und so weiter hat es nämlich ein bisschen ich habe die zweite staffel noch nicht einmal und zwar geht es um gate ja der sammelschube ist jetzt auch nicht so gerade prickelnd finde ich hier sind nur so szenenausschnitte hier auch dann steht hier gate 1 wow was hat es ja gebracht anime house und dann haben wir halt hier die ganzen volumes zu gate was der große faktor ist da macht noch ein drache mit gefällt mir richtig gut zweite staffel müsste ich mir auch noch irgendwann mal holen komplett mal gucken ob ich die mal günstig mal abgreifen kann ja ich finde es etwas schade dass die synchro ich müsste es mir mal anschauen wie es wirklich klingt aber die eine hier die hier ähm ist ja eigentlich also kindlich gesehen als charakter aber in wirklichkeit ist die über 1000 jahr oder so fast alt und ähm ja aber klingt halt wirklich wie eine alte omi und ich weiß nicht ob das ob die das hätten lieber lassen sollen dann kommen wir auch noch zu einer serie wo ich auch wieder enttäuscht bin dass die oh dass diese alternative ja vorgänger serie und jetzt auch die zweite staffel eine neue synchronisation bekommt wobei hier die synchro richtig geil war und zwar dann magi is it wrong to try to pick up girls in a dungeon ja klingt möglich klingt merkwürdig aber ist echt eine richtig richtig gute serie ich werde wahrscheinlich die zweite staffel trotzdem kaufen die vorgänger serie wo es hier um die hier geht werde ich mir nicht holen die hat mir nicht so besonders gut gefallen und dann extra geld auszugeben wenn es mir nicht so gefallen hat ja und ich brauche es auch unbedingt nicht du hast man hat zwar ein bisschen was erfahren ich weiß es um was es hier geht bei ihr aber brauche ich jetzt nicht unbedingt eher hier die beiden geht es darum mehr und echt schade war hier david hat eine synchronstimme bekommen von dem guten alten der den trunks eingesprochen hat von dragonball z warum die jetzt hat das alles umgeändert haben ich hoffe ist halt leider schade dass er die zweite staffel eine andere synchro dann bekommt dann haben wir hier einen richtig guten anime da war anime house auch noch richtig auch geil damals wir auch wie halt dann magi devil is a part timer leute wer auf fantasy und alles mögliche steht und und comedy pure empfehlung ich habe die mir blind gekauft günstig diese volumes den sammelschube habe ich mir dann der kam dann später raus den habe ich mir dann dazu bestellt von anime house und leute diese serie unbedingt anschauen mega geil wäre cool wenn noch eine zweite staffel rauskommt aber dann tut anime house sich wahrscheinlich mit anderen synchronisieren das wäre nicht so toll wirklich war richtig 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 gute serie lohnt sich schaut euch die mal an dann gibt es bei netflix black lagoon immer noch nicht angeschaut da sind beide staffeln drin und die ova beide staffeln sind aus frankreich sehr günstig geschossen damals mit deutschen ton die ova war damals nicht mit deutschen ton ova nachgekauft in deutsch und hier rein gepackt alles schön kompakt soll sehr gut sein immer noch nicht angeschaut ja peinigt mich noch nicht gesehen dann fehlen mir auch die anderen volumes aber ich weiß der anime ist mega ich habe mir den schon angeschaut parasite nein es geht nicht um den parasite der film jetzt der oscars bekommen sondern um der parasite the maxim richtig 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 geiler anime leute ich habe den zwar immer noch nicht komplett jemand damals einfach nur den sommelschuber gekauft weil ich angst hatte nicht dass der sommelschuber ausverkauft ist müsste ich mir noch ein paar andere animes deswegen auch noch kaufen aber es klappt momentan einfach nicht aber parasite holy macaroni was ein geiler anime der eins zu eins umgesetzt worden ist vom manga und der manga ist glaube ich aus den lasst mich lügen aus den 80ern ich bin nicht mehr ganz sicher leute hell hier und dann kam der anime holy shit empfehlung pure empfehlung pure empfehlung ehrlich denke ich immer daran dass animes klar klamauk und so sind der ist der ist anders geil dann habe ich auch noch einen schönen anime auch ein schön horror anime müsste ich mir wieder anschauen habe ich mir auch nur einfach angeschaut damals im original und noch gar nicht das deutsche gehört another richtig guter horror anime für dann jetzt demnächst die kommenden oktober wochen kann man sich denn auch wieder mal rein ziehen ehrlich geil schön düster gemacht manche kills auch richtig blutig saustark hier auch in diesem schönen sammelschuber auf blu-ray auch eine empfehlung von mir dann ein anime der mir auch gefallen hat und ich bin sogar überlegen ob er aus der sammlung wandert aber für den kriegt man kaum noch was bettum bettum ist eigentlich ein richtig cooler anime der aber anscheinend nie eine fortsetzung mehr kriegen wird was ich richtig schade fand weil ich fand den echt gut der hatte super auch animationen und auch eine tolle story ein charakter der sich erst mal irgendwie anders entwickelt der eigentlich ein großes arschloch war und sagte ich hatte sogar seine das ihr müsst euch das vorstellen das ist halt so eine serie da werden halt so spezialfälle oder so einfach weggegeben von der familie oder halt auch andere kolle andere kollegen oder habt ihr nicht gesehen ne und er wurde da von seiner mutter einfach dann da so unterschrieben bla 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 und dann ist er da hingekommen weil er eigentlich auch ein richtiges arschloch war zu seiner mutter und habt ihr nicht gesehen ne er war aber ein guter gamer und deswegen ist er dahin verfrachtet worden und da geht es halt um betum jeder hat so spezielle irgendwie so granaten und alles und ja die müssen sich halt gegenseitig dann umbringen richtig guter anime auch gewesen leider zu früh fertig nur paar episoden ich hätte mir mehr gewünscht aber er ist echt gut zum schauen kann man sich mal geben günstig so dann kommt eines zu meiner lieblingsserie mit dem ich animes überhaupt wieder auch sammeln angefangen habe und auch jetzt volume 4 bald rauskommt es geht um highschool dd oder dxd staffel 1 bis 3 mit dem sammelschuber manche werden denken ah gott edgy und so aber ich mag die serie nicht nur wegen dem edgy anteil weil der edgy anteil ist so saulustig aber halt wegen halt auch diese action diese action dieser power diese drachenmäßige power dann dennoch hat und alles und die verwandlung oder dann wo er dann auch mal richtig düster und böse wird richtig richtig gut gemacht die serie gefällt mir gut wer edgy mag und aber nicht zu ja es ist manchmal schon extrem aber nicht so extrem wie testament of sister new devil und ein bisschen action und hier und da auch noch comedy der wird den anime schon mögen auf jeden fall und ja leider staffel 3 leider ein bisschen enttäuscht dass da dann das einen anderen verlauf nimmt staffel 4 macht es hingegen wie der wett der löscht dann die zweite hälfte von staffel 3 aus ja mal hat staffel 3 die zweite hälfte die gibt es gar nicht auch nicht in der light novel das ist nicht existent und es endet auch ein bisschen anders in wie er da so wenn ja wenn ihr da so ein bisschen so durchdreht endet ist auch ein bisschen anders und high school in txt hero die vierde staffel die jetzt dann rauskommt hat es dann wieder wett gemacht die hat die zweite hälfte der dritten staffel ausgelöscht und führt die light novel halt wieder fast eigentlich schon eins zu eins wieder fort eher weil auch einiges was hier auch passiert und so weiter es ist komplett ein bisschen anders während die anderen sind okay aber die dritte haben sie ein bisschen vermurkst sie ist trotzdem gut hat mir auch richtig gut gefallen aber die haben es halt von der light novel man die light novel kennt dann ja ist man bisserl enttäuscht muss ich sagen jo ich merke schon es werden zwei parts leute könnt ihr euch freuen auf jeden fall wir machen jetzt hier mal mit klein viel weiter günstig damals auf der filmbörse geschossen devil may cry die komplett box ich habe es mir aber nie angeschaut also ich kenne es aber ich habe es mir nie mehr angeschaut muss ich ganz ehrlich sagen ich müsste es mir mal anschauen ob es überhaupt gefällt aber nie wieder gesehen die ist auch schon etwas älter wie alt ist sie denn jetzt steht nur 2016 wann die blu-ray erschienen ist ich glaube 2007 ja von 2007 ist diese serie müsste ich mal gucken keine ahnung ich kann leider nichts mehr dazu sagen angel beats ja angel beats eine unglaublich gute serie mit einem faktor dass du heulen wirst gegen ende ja aber echt toll leider ich muss leider echt gestehen ich war jetzt nicht so gehypt wie viele andere muss ich leider sagen weil da wurde mir zu sehr gehypt sie ist gut gefällt mir gut aber ich habe mir irgendwie bisschen mehr erhofft muss ich ganz ehrlich sagen ich habe ein bisschen mehr erhofft aber sie ist gut sie bleibt in meiner sammlung und ja also ich habe mir aber leider echt mehr erhofft muss ich ganz ehrlich sagen dann haben wir hier ein paar ghibli filme einmal das schloss im himmel noch nicht gesehen aber habe ich schon der sammlung soll ja auch einer der besseren ghibli filme sein dann kick ist kleiner lieferservice immer noch nicht gesehen will ich mir auch mal anschauen jetzt wenn wir wieder welche erschlagen mein nachbar totoro auch noch nicht gesehen ja ich weiß er schlagt mich nicht die letzten glühwürmchen ja habe ich auch noch nicht gesehen leute hakt mich auf mir rum ich habe halt den auch noch nicht gesehen weil das soll auch sehr sehr traurig sein und uiuiui und jetzt momentan habe ich keine bock da auf trauer jetzt auch noch von dem film das wird mir glaube ich dann zu viel dann auch noch nicht gesehen wie der wind sich hebt ich glaube nur gekauft weil er im angebot war auch noch nicht gesehen ihr wisst bescheid dann müssen wir hier oben wieder ein bisschen was nehmen dann haben wir hier die schaffen wir noch und dann machen wir erstmal schluss das wandelnde schloss das war lange ausverkauft gab es nicht mehr dann haben wir wieder produziert ich weiß nicht ob es irgendwann an irgendwelchen rechten oder keine ahnung war war damals noch sehr sehr teuer ich weiß nicht wie es jetzt ist aber das wandelnde schloss gesehen mag ich sehr mag ich sehr schon oft gesehen ja hier mein absoluter lieblings ghibli film prinzessin mononoke mein lieblings ghibli film holy shit wie oft habe ich den gesehen wie oft kam der auf rtl 2 auch klappt zur weihnachtszeit und ich den gesehen habe ich liebe ihn und wie ich ihn dann das erste mal flue angeschaut habe habe ich erst viel mehr verstanden die botschaft und so leute wahnsinn ehrlich da habe ich erst viel mehr verstanden die botschaft von dem film dann shihiros reise ins zauberland auch ein richtig richtig guter ghibli von mir sieht mir leider dass da das fsk teil mal drauf geklebt hat diese diese das nervt mich halt dass das da immer so machen sehr gut der ghibli film ehrlich war also der kommt glaube ich gleich nach mononoke ehrlich gefällt mir auch noch richtig richtig gut dann haben wir hier eine serie und zwar black bullet hat mir richtig gut gefallen die viecher und so ja die man ist was anderes aber mir hat er richtig gut gefallen der hat auch ein bisschen was traum mäßig ist und alles aber er war richtig nice wo bleibt die fortsetzung leute wo bleibt die fortsetzung toller anime dann noch nicht gesehen war auch sehr traurig sein soll ist sogar ein original verpackt anohana hier sogar noch der preis dran hier damals auf der filmbörse aber da habe ich noch weniger bezahlt weil ich mehr genommen ab um den anohana ja noch nicht gesehen leute und nein das fsk ist drauf geklebt zwar doch peppermint peppermint ihr nasen der fsk noch drauf geklebt ja noch nicht gesehen gibt es auch auf netflix soll sehr gut sein schaut euch mal an soll sehr gute anime sind aber auch traurig dann in meinem leben auch noch nie gesehen jetzt erschlagt mich könnt ihr gerne machen ghost in the shell ja auch noch nicht gesehen ich trau mich halt noch nicht so ran das sind halt so klassiker wo man halt noch nie gesehen hat und dann traut man sich nicht so ran ja ghost in the shell aber ich habe ihn irgendwann werde ich mir anschauen ja leute das war es jetzt erstmal mit part 1 ist doch es geht doch in zwei parts ich hoffe es reicht auch für zwei parts ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns demnächst wieder in part nummer zwei bleibt also dran oder bleibt hier an meinem kanal vergesst nicht daumen hoch aktiviert die glocke damit ihr niemals vergisst oder verpasst ein video vor allem part 2 von animes haut rein bis zum nächsten mal und ciao